Servus Freunde und weiter geht's mit mir, JediMaze2407, MazeGin und dem Trainingsgelände, Besenflugstunde fortfahren, ja, ich hab währenddessen mal wieder unseren, meinen Lieblingsyoutuber Dagi geguckt, LP, und ja, ich hab den jetzt auch geschrieben, dass die Sachen mit Marula, dass er demnächst ihr helfen soll, wenn er ihr geholfen hätte, dann hätte er nämlich, ja, das bekommen, was ich bekommen hab, und zwar, 10 Hauspunkte von Snape, oh yeah, so groß, Ja, JediMaze, schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, nun, Mr. Jinn, rufen sie ihren Besen zu sich, auf, äh, oh, auf, fein, sehr gut, erklären, ey, yo, Mother Rooch, der Erklärbär, hört mir gut zu, meine Lieben, ich werde euch ein paar wichtige Details erklären, das Klärchen, so. Oh, Penny, warte, du ist nicht neben mir, oh, Ah, Sapperlotte! Was geht hier ab? Nein. Ich bin doch mal am Hut. Komm schon. Ah, come on! Ey, Spiel, du triggerst mich von Minute zu Minute mehr. Ah, dann nehme ich gleich hier. Merula. Oh, Penny, meine Liebe. Alles gut, mein Schätzchen. Ich bin dein Tiger. Ja. Miau. Ah, 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 ah. Die, die, die. Ah, come on! Oh, nö! Ey, das Spiel suckt ja aber sowas von. Ne, sorry. Das, ja, warst amon so wieder. Ich werde natürlich jetzt wieder Punkte farmen. Ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Hier ist Shedder Maze 24 zu 7. Ich bin raus und tschüss. Äh, ciao.